Ich bin Sylvia Demgenski und ich freue mich sehr, dass Sie Ihren Weg zu unserem Adventskalender gefunden haben. Ich bin Cellistin und Barockcellistin und freischaffend in Frankfurt tätig. Hier im Video folgt nun ein Ausschnitt aus einem Werk, das mir als Musikerin ganz besonders am Herzen liegt, da es nämlich von einer Komponistin geschrieben wurde, der wunderbaren Dora Pejatovic. Mit mir spielt mein Pianist Nenad Lecic. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit und eine schöne Vorweihnachtszeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.